Ach, Sie haben doch gar keine Ahnung, Mann. Wissen Sie denn nicht, was die Mädchen erwartet, wenn die zurück müssen? In ihre Dörfer nach Anatolien? Die sind entehrt und werden ausgestoßen. Wollen Sie das? Nee, aber nur um das kurz darzustellen. Ich bin der Typ vom Ausländeramt. Ja, ist doch klar, dass ich der Sache nachgehen muss. Ist ja klar. Logisch, die Pflicht ruft das. Boah, sind Sie deutsch! Und Vorteile haben Sie gar keinen, oder was? Mussten Sie deswegen gleich das Rollkommando holen? Okay. Was wollen Sie? Was soll ich Ihrer Meinung nach tun? Hm? Ja, sehen Sie? Das wissen Sie nämlich selber nicht.